Für viele Bäckereien in Deutschland gab es in den letzten Monaten ein böses Erwachen. Sie hatten Abmahnungen im Briefkasten, Abmahnungen der Münchner Großbäckerei Ludwig Stocker Hoffisterei. Was war passiert? Die Bäckereien, die abgemahnt worden sind, hatten im Angebot Sonnenblumen, Kernbrötchen, Vollkorn, Sonnen oder Dinkelsonnen. Und es mag absurd klingen, aber seit 1977 hat diese Münchner Großbäckerei die Marke Sonne geschützt für Backwaren. Und das ist die Problematik, die jetzt alle anderen Bäckereien haben. Sie dürfen mit dem Wort Sonne quasi keine anderen Backwaren mehr bezeichnen. Ansonsten drohen saftige Abmahngebühren. Ob das rechtmäßig ist und in welchem Zusammenhang Bäckereien ihr Sonnenblumenkernbrot auch weiterhin noch Sonnenblumenkernbrot nennen dürfen, erfahrt ihr in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde Beuger & Solmecke. Lasst gerne ein Abo für diesen Kanal da, falls euch Rechtsthemen wie dieses interessieren. Und dieses klingt fast ein bisschen kurios. Eine Bäckerei wird ja eher als etwas Liebes, Nettes, Kleines so dargestellt. Dass jetzt Bäckereien großartig Abmahnungen verschicken würden. Da wäre ich jedenfalls nicht drauf gekommen, wenn ich nicht selber diese Abmahnung gesehen hätte. Und sie von den Kanzleienbäckereien, die wir vertreten, auch tatsächlich auf den Tisch bekommen hätte. Das sind sogenannte markenrechtliche Abmahnungen. Und sie werden ausgesprochen gegenüber anderen Bäckereien, die ihr Brot irgendwie mit Sonne bezeichnen. Sonne, Öko-Sonne, schwarze Sonne. Das alles sind Namen, die sich diese Münchner Brauerei hat schon vor vielen Jahren schützen lassen. Und all die Jahre meint sie ab. Im Moment sehen wir eben hier eine verstärkte Abmahntätigkeit. Die Empörung bei den Wettbewerbern ist natürlich riesig, denn der Streitwert, der hier angesetzt wird für so ein Brot, was normalerweise 1,95 Euro kostet. Beziehungsweise für die Abmahnung, weil das Brot Sonne heißt, sind 200.000 Euro. 200.000 Euro Streitwert macht 3.617 Euro und einen Cent. So viel will die Kanzlei Lorenz Seidler-Gossel aus München haben für ihre Abmahnung. Und naja, die 200.000 Euro sind jetzt erstmal nicht ungewöhnlich. In Markensachen gibt es wirklich solche hohen Streitwerte. Ob in der Sache selbst die Abmahnungen gerechtfertigt sind, muss man sich da natürlich im Detail anschauen. Fakt ist, 1977 hat sich diese Großbäckerei aus München, die Wortmarke Sonne, schützen lassen für Backkonditor, Schokolade und Zuckerwaren. Daneben, neben Sonne, wurden auch Fister-Sonne, Ur-Sonne, Öko-Sonne und Schwarze-Sonne geschützt. Und seit Jahren haben die dort in der Bäckerei das Sonnenblumenkernbrot. Und das wird unter der Bezeichnung Sonne verkauft. Seit Jahren gehen sie gegen andere Bäckereien vor. Und was sollt ihr jetzt tun, wenn ihr in der Bäckerei seid und da euer Sonnenblumenkernbrot auch Sonnenblumenkernbrot genannt habt, kann man dann deswegen abgemahnt werden. Jetzt könnte der eine oder andere denken, naja, die haben ja wohl einen Vogel. Man kann ja das Wort Sonne sich nicht als Marke anmelden lassen. Könnte man meinen. Allerdings stimmt das nicht so ganz. Man kann sich schon das Wort Sonne als Marke anmelden lassen, aber nicht vielleicht für eine Leuchtquelle am Himmel. Weil dann hätte es beschreibenden Charakter. Dann dürfte keiner die Sonne mehr Sonne nennen. Aber das Wort Sonne, das sieht man, wenn man ins deutsche Patent- und Markennamen schaut, ist zum Beispiel für Spielautomaten, für alkoholfreie Getränke und auch für Weine eingetragen. Denn keiner vermutet unter dem Wort Sonne jetzt unbedingt einen Wein. Das heißt, in dem Moment, wo das Wort Sonne nicht beschreibend für etwas steht, wie diese Leuchtkörper am Himmel, kann man sich das einzeigen. Ihr könnt euch auch Milch eintragen lassen für Spielautomaten zum Beispiel oder Milch für Mäuse. Ja, dann wäre das in Ordnung, weil es eben nicht beschreibend ist. Milch allerdings für Getränke namens Milch ginge nicht. Das wäre beschreibend. Also, das erstmal, oder Sonne für Sonnencreme ginge auch nicht. Das würde nicht funktionieren. Aber Sonne für Brote kann man wohl sagen, meinte jedenfalls auch das deutsche Patent- und Markenamt, jedenfalls im Jahre 1977. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es damals schon Sonnenblumenkernbrot gab. Also, auf das finde ich noch ziemlich speziell. Da müssen wir gleich nochmal drauf kommen. Wichtig ist allerdings, dass diese Namen nicht irgendwie in den Sprachgebrauch übergegangen sind und noch unterscheidungskräftig sind. Ich meine, zum Beispiel bei Tempo ist es so, dass das irgendwann in den Sprachgebrauch übergegangen ist. Dann kann man sozusagen seine Marke verlieren, weil alle Arten an Taschentüchern als Tempo bezeichnen. Dann wird es wieder schwierig, verliert man seine Marke. Aber jetzt bei Sonne würde ich jetzt nicht sagen, dass das schon irgendwie immer auf eine bestimmte Brotsorte hinfühlt. Also, Sonne steht jetzt erstmal für den, der den Brot kauft, nichts. Insofern kann man jetzt erstmal nicht sagen, dass die ihre Marke nicht ordentlich geschützt hätten oder dass da eine Verwässerung stattgefunden hätte. Das ist immer das Erste, was man guckt. Kann es sein, dass in der Vergangenheit die Marke so einfach mal angemeldet worden ist und dann aber nicht weiter verteidigt worden ist. Kann man aber nicht sagen, weil die immer wieder abgemahnt haben. Also, in der Summe kann man schon feststellen, die Marke ist korrekt angemeldet worden. Wie übrigens sowas klappt, eine Markenanmeldung, das erläutert mein Kollege Kilian Kost auf unserem Expertenkanal. Wbs.law.de Oder bei YouTube einfach WBS die Experten eingeben. Da seht ihr, wie man eine Marke anmeldet. Also, das ist da alles sehr schön geschildert. Und da geht es auch nochmal mehr im Detail um die Markenfragen, wen das interessiert. Also, erstens, ja, man kann wohl sagen, die Marke ist zu Recht angemeldet worden. Und ob man jetzt eine Löschung durchbekommt, weil die nie verteidigt worden ist, also eine Löschung der Marke, oder weil sie mittlerweile eine sogenannte Gattungsbezeichnung wäre, weil man immer diese Brote mit Sonne bezeichnet, das kann man hier knicken. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Insofern muss man sich dann anschauen, den konkreten Einzelfall. Das ist erst das Schönste für die Kunden gewesen, wir kriegen die Marke komplett gelöscht, die Marke Sonne für Brote. Das wird nicht einfach werden, wird schwierig werden. Dann muss man schauen, inwiefern darf man seine eigene Brothalsbäckerei noch Sonne nennen. Die Hoffisterei sagt, die Sonne ist bei unseren Kunden sehr beliebt und das erfolgreichste Bauernbrot. Und sie beinhalte das Versprechen für den Kunden aus reinem Natursauerteig, ohne chemische oder künstliche Zusatzstoffe, ohne aus ökologischen Rohstoffen in altdeutschen Steinöfen gebacken zu sein. Und darauf würden sich die Kunden verlassen. Und wenn man die Sonne kauft, dann meint man die Sonne der Hoffisterei, die ist so erfolgreich. Und deswegen wollen andere Bäckereien das nachmachen. Im konkreten Einzelfall muss man dann allerdings noch schauen. Wenn ihr zum Beispiel Dinkelsonnenkorn verkauft und da sind dann zum Beispiel Sonnenblumenkerne drin, dann steht erstens das Wort Sonne nur mittendrin, Dinkelsonnenkorn. Dann ist es eben nicht mehr die Sonne, weil die haben ja die Sonne als Brot und da ist die Sonne nur irgendwo drin. Das heißt, ob da dann noch eine Verwechslungsgefahr besteht, nur weil der Bestandteil Sonne auch in dem Namen eures Brotes Dinkelsonnenblumenkern ist, wage ich schon mal zu bezweifeln. Und insofern könnte man sagen, dadurch, durch solche Wortgestaltungen wird der Schutzbereich der Marke gar nicht tangiert. Es betrifft die Marke gar nicht, es hört sich gar nicht gleich an. Das wäre das eine. Das andere wäre Sonnenblumenbrot, sage ich da. Das muss man Sonne nehmen, auch wenn Sonne da vorab steht. Das muss man Sonne nennen, weil wenn es Sonnenblumenkernbrot ist, ist es nur noch Sonnenblumenkern drin und ist beschreibend. Das ist auch wieder keine Markenverletzung. Man sieht also, wenn ich jetzt Händler wäre, Bäcker wäre, würde ich nicht direkt die Flinte ins Korn werfen, nur weil mein Brot irgendwas mit Sonne heißt und ich eine Abmahnung bekommen habe. So läuft das oft, dass diejenigen, die eine Marke haben, sich breit verteidigen, breit erstmal abmahnen, auch wenn nicht immer was da dran ist. Also da kann ich euch nur den Tipp geben, lasst das mal checken. Wer Interesse hat, der kann einfach mal bei uns anrufen und wir schauen uns die Abmahnung unverbindlich an und sagen, ob man was machen kann oder nicht. Und dann stellen wir halt fest, ob man euch hier raushauen kann oder nicht raushauen kann. Es ist jedenfalls nicht so, dass die alle rechtmäßig wären, aber Kuriosum, vielleicht für der einen oder anderen von euch, man kann den Begriff Sonne tatsächlich sich als Marke schützen lassen, aber eben nicht für Leuchtmittel hier im Himmel stehen, sondern für Backwaren. So saß das Patent und Markenamt 1977 und die Marke, die hält bis heute und wird auch verteidigt durch Abmahnung. Hier habt ihr nochmal unsere Kontaktdaten, falls ihr da betroffen seid oder sonst irgendwelche Markenrechtsabmahnungen bekommen habt. Wir haben hier gute Spezialisten für das Thema. Ansonsten, wenn ihr keine Abmahnung bekommen habt, was ich hoffe für euch, habe ich noch zwei Videos, die ich euch noch anschauen könnte. Würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Danke, dass ihr heute da wart. Tschüss und bis dahin.